Peace Leute, alles klar bei euch. Ich bin's der Stylo. Heute mal für euch vor der Kamera mit der Facecam. Willkommen zur dritten FIFA Challenge. Ja, kurz vorweg, bevor es losgeht, will ich halt noch ein paar Informationen preisgeben, weil das, was ich jetzt hier spreche, ist schon nach dem eigentlichen Match passiert. Aufgrund, weil ich zwei Probleme hatte. Ich hatte vorher die FIFA Challenge, mit dieser Facecam halt, die ich jetzt hier mache, komplett aufzunehmen. Die Facecam ist aber Mitte der ersten Halbzeit stecken geblieben, hatte einen Hänger. Somit konnte ich das nicht weiter durchziehen, musste die Facecam rausnehmen am Ende. Und das Zweite, was mir passiert ist, ich hab die Game Capture nicht angehabt. Sprich, ich hab das Gameplay die ganze Zeit nicht mitgeschnitten. Zum Glück hatte ich meine Audiospur mit Outer City separat aufgenommen. Und das weitere Glück, was ich hatte, ist, dass der Share-Button, der PS4, mir das Gameplay dann noch geliefert hat. Ich hatte das Gameplay jetzt ab der 15. Minute. Ihr werdet das gleich alles sehen. Wir springen gleich direkt rein. Viel Spaß, Leute. Hey, hey, zieh ab aus der Distanz. Oh, keine Gefahr. Gar nicht aus der eigenen Hälfte rauslassen, hab ich gesagt. Okay, gut. Ball wieder da. Kavachal geht. Komm, Kavachal, komm. Kavachal, oh, Kavachal, Mann. Ronaldo und Diemar, sehr schön im Zusammenspiel, schönes Zusammenspiel da von den beiden. Davia Alonso, Ronaldo muss eigentlich reingehen. Er ist kopfballstark. Egal, Ecke. Kommt, Ramos in der Mitte. Noch mal, Ecke. Auf die Latte. Schön. Ronaldo. Modric. So. Ein Pussy-Schuss. Stark da unter Druck gesetzt. Jetzt direkt beim Spiel. Modric. Tor. Modric. Luka Modric. Heißt der Luka Modric? Ja, ich glaube schon. Schönes Zusammenspiel hier. Nice gemacht. Neuer noch ein Ball bekommen. Super Tor. In der Mitte. Die Flanke ist gut. Ah, Marcelo, gut. Marcelo, gut aufgepasst. War es ein Paul? Gibt es die rote? Nicht? Doch, rot. Klar. Ganz klar, rote Karte. Mario Götze. War das schon eine Art Frustfoul? War das schon eine Art Frustfoul? Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Klar, rote Karte weg. Jetzt einmal weniger. Das muss ich hier nach Hause holen, das Ding. Jetzt einmal weniger. Das muss ich hier nach Hause holen, das Ding. Aber Hal, da musst du sein, mein Freund. Nein, ist das Tor. Oh mein Gott. Nein, schießt in Untertel das Tor. Aber auch was für ein Fehler. Das ist eine Kette vom Fehlermann. Jetzt einmal weniger. Das muss ich hier nach Hause holen, das Ding. Die Flanke ist gut. Und das ist das Tor. Oh mein Gott. Leute. Unglaublich. Und Aldo, komm, geh. Und Aldo, komm, geh. Und Aldo, komm, geh. Ich werde jetzt Christian Theo jetzt noch hier für 50.000 Coins kaufen. Glückwunsch an Veljkovic. Viel Spaß in den 50K und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. FC Bayern München gegen Real Madrid. Ich versuche natürlich die nächsten 25.000 Coins in den Jackpot zu holen. Er versucht natürlich nicht zu holen.